Jetzt bitte einmal tief ausatmen. Spür auf meiner Brust einen Atem. Okay. Hörst du das Schlagen vor meinem Herd? Ja? Was haben Sie überhaupt für Beschwerden? Ein bisschen dies, ein bisschen das, ein bisschen viel zu sehr. So ist das Leben halt. Wir werden nicht jünger. Ein bisschen weg von hier, weg von hier. Von der Welt, oder was? Ja. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht wirklich, wie ich Ihnen helfen soll. Wenn ich geh, dann so wie ich gekommen bin. Ähm, wollen Sie etwa rückwärts geboren werden? Also, wieder da rein? Ja. Aber das ist unmöglich. Vielleicht tut es weh. Nicht nur deswegen. Wie stellen Sie sich das Ganze überhaupt vor? Wie I call me. Und warum, wenn ich fragen darf? Hier draußen ist es kein. Dann kaufen Sie sich doch einfach eine warme Weste, oder so. So fulle Gewalt. Eine warme Schutzweste. Ich hab's nur mehr Angst, Baby. Wissen Sie was? Sagen Sie mir bitte einfach, was genau Sie von mir wollen. Was soll ich so einem Ruhensohn sagen? Wie bitte?